Koyo Ipinja, 5 Jahre, 65 cm weitlich, sehr schöner Fisch, hat Motokuro an beiden Flossen, hat eine sehr, sehr gute Haut, gute Zeichnung, gute Farbqualität, also ist die orange Variante. Fisch kann 75 cm werden, 80 cm wird er nicht lang schaffen, aber die wachsen ziemlich lang, also vielleicht hat man Glück und er kommt an die 80 cm ran, hat langen Kopf, guten Body, ist einer unserer besseren Koyo, also wer hier Interesse hat an einem Pfeifwolle wie Koyo, der kann sich dann melden. Vielen Dank.